Hallo, ich heiße Christine und ich bin bei Axiants Teamleiterin im First Level Support. Ich absolvierte die Gastgewerbe-Fachschule in der Spezialklasse Kochen und nach einem abgebrochenen Studium, das war ca. vor 20 Jahren, begann ich im Unternehmen im Call Center zu arbeiten. Als blutige IT-Newcomerin waren meine Aufgabengebiete das Ticket-Dispatching, der First Level Support und die Telefonvermittlung. Viele Mädchen trauen sich einfach nicht, eine technische Ausbildung zu absolvieren, da sie der Meinung sind, Technik und dann auch noch allein unter Burschen, das sei nichts für sie. Um als Frau in einer Männerdomäne, wie es die IT ja heutzutage noch immer ist, bestehen zu können, benötigen wir Mädels Durchsetzungsvermögen, Humor, Zielstrebigkeit und Standfestigkeit. Ich arbeite gerne in einer Männerdomäne, weil mir die Zusammenarbeit mit Männern leichter fällt. Manchmal ist der Umgangston ein wenig rau, aber wenn es hart auf hart kommt, dann arbeiten wir als Team ganz fest zusammen. Geht euren Weg, verwirklicht eure Träume und lasst euch von nichts und niemanden aufhalten. Ist das Ziel auch nur über Umwege erreichbar, so lohnt es sich, diese zu gehen. Denn das Einzige, was zählt, ist, dass ihr Spaß habt an dem, was ihr tut. Und Spaß gibt es in der IT genug.